Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Bad Let's Play Titan Quest. Ich habe gerade schon mal eine Aufnahme gestartet, aber ja, ich wurde mich dabei gestört. Und da man bei Flaps nicht einfach so Pause machen kann und es bei Titan Quest auch nicht so gut ist, wenn man zusammenschneidet, fange ich jetzt von vorne an. Das bedeutet, ich fange wieder bei einem, also bei dem nächsten Brunnen an. Nicht bei dem, wo wir aufgehört haben, sondern bei dem nächsten, weil wir da schon vorbeigelaufen sind. Gefunden haben wir nicht viel, ich habe nur gesagt, dass ich endlich wieder Let's Plays aufnehmen kann. Und dass ich dazu noch ein Video machen werde, wo ich das Blitterkabel zeige, dass ich wieder eins habe. Und wir haben das erkrankte Gefieder gefunden. Und so lange nicht mehr Let's Plays gemacht. Ich bin nicht das lange nicht, ich weiß nicht, bin ich das nicht mehr gewöhnt. Bei Oblivion werden wir, wie gesagt, erstmal schauen, wie wir das machen. Dann werde ich erstmal wieder einen Gewöhnungspart finden. Na, es leckt wieder rum. Muss ich wieder mal gucken, ob ich einen anderen Brunnen finden kann, den ich aufnehmen kann. Oder ob ich endlich mal schauen kann, wie das mit OBS funktioniert. Und, ja, wir nehmen jetzt gleich ein Bossmonster. Oder Heldenmonster, oder wie man es nennt. Oh, wir hätten die Schwertaktive müssen, ja, Heldenmonster. Ja, und, ähm... Dann werden wir einfach jetzt noch ein Heldenmonster. Das kommt nicht. Dann müssen wir einfach gucken, wie wir das Ganze mit OBS machen. Und, ähm, eins kann ich jetzt schon mal sagen, das werde ich schon mal in meinem Infovideo sagen. Es wird weniger Unboxings geben. Da ich einfach, ähm, jetzt erstmal, ähm, das Geld nehmen werde. Erstmal ne Mal erwarten, wenn ich mir dann ein, ähm, PC kaufen werde, ein besseren. Dann rockelt das auch nicht mehr so, auch wenn wir mal mit OBS aufnehmen müssen, oder so. Und ist alles einfach besser. Und dann können wir auch, ähm, ja, andere Spiele noch, ähm, let's playen. Mehr Spiele einfach, let's playen. Und, ja, dann können wir einfach mehr, ähm, machen. Ja, genau, besser, ähm, ja, wie gesagt, besser für euch aufnehmen. Mehr für euch aufnehmen, unterschiedliche Dinge für euch aufnehmen. Ähm, und dann können wir einfach mehr machen und, ähm, auch schneller hochladen dann. Da der PC dann, ähm, schneller arbeitet mit allem. Wenn es nicht am PC liegt, dass wir langsam hochladen, dann, wenn es dann langsam ist, dann liegt ja eine Internetleitung. Auf jeden Fall, wenn wir dann zum PC, ähm, weniger Probleme haben. Ähm, halten können, es wird dann trotzdem auf dem Laptop hier weitergespielt, oder fertig gespielt. Mal schauen, wenn ich vielleicht den Spielstand doch, ähm, übertragen kann. Dass er vielleicht doch, ähm, dann, dass ich vielleicht doch dann auch den PC weiterspielen kann. Und, dann werden wir einfach alles mal sehen. Dauert eh noch eine Weile, bis ich das mache. Den PC, bis ich den habe. Und bis dahin würden halt weniger Androxings kommen, da ich einfach dann Geld für den PC nehmen werde. Androxings werden zwar noch kommen, aber wie gesagt weniger. Dafür werden dann mehr Let's Plays kommen, oder mehr Let's Play Parts kommen. Und ich habe auch wieder vor, euch, ähm, angezockt, Parts zu machen. Wo ich ein Spiel nehme und dann teste. Wie Plants vs. Zombies, wie ich schon gemacht habe, oder so. So eine Art. Und dann habe ich auch noch eine Sache vor, wo ich euch ab und zu mal trinken werde. Aber, da werdet ihr euch mal, ähm, überraschen lassen. Und, jetzt hauen wir hier munter die Nette vor uns hin. Weil ich fast 35 Grad, zumindest so viel, so 30 Grad. Deswegen, sorry, wenn ich ab und zu, oder wenn ich mal ein paar was trinken wollte. Aber es ist draußen wirklich warm gerade. Und ich nehme das Video jetzt auch unmittelbar danach auf, als ich will jetzt nicht lange da heim. Und das Splitterkabel mir geholt. Also, das ist noch nicht so lange her, dass ich mir das geholt habe. Und, joa. Auf jeden Fall kann ich euch endlich wieder mal Let's Plays bringen und so. Aber, ähm, ja, schreibt mir mal, ähm, Vorschläge in die Kommentare, was ihr gerne als angezockt sehen wollt. So, was ich auch machen kann. Also, ich werde dann, ähm, antworten, ob es geht oder ob es dann nicht geht. Oder, ob ich es mache oder nicht. Und, joa. Dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. So, wieder ruckeln. Ein bisschen. Aber es geht. Gibt Schlimmeres. Wie gesagt, ich werde dann gleich mal, ähm, nach dem Paar, oder ich werde mal, ähm, suchen, sobald es geht, OBS zum Laufen zu bringen, weil es zieht weniger Leistung. Und, ja, dann werde ich einfach mal gucken, ob ich das, ähm, ob ich das hinkriege. Oh, das lasse ich jetzt mal, ja, gut, doch, ich nehme es doch mal mit. Ja, ich soll, ich nehme es einfach mal mit, auch wenn wir jetzt genug Geld haben. Wir sollten genug Geld haben. Hoffentlich kommen wir in den Fall noch ein Level hoch. Ich glaube nicht, dass wir das werden, aber ich glaube, wir können ja mal sehen. Wir werden schauen, wie wir das Ganze dann machen. Auf jeden Fall sind wir bald im Labyrinth von Knossos, oder in diesem Labyrinth halt angekommen. Wir sind ja halt schon im Palast von Knossos und da drunter liegt der Labyrinth, wo wir den, ähm, Terkine sehen werden. Um den es ja geht. Und dann werden wir, ähm, vor dem Terkine noch ein anderes Monster sehen, aber das werde ich euch jetzt mal nicht spoilern. Hoffentlich bekommen wir hier Mechanikteile. Warten wir mal hier hoch. Jedes Monster, das wir hauen, bringt das Erfahrung und jede bisschen Erfahrung hilft. Auch wenn es wirklich nur ein ganz kleines bisschen ist und auch wenn es wirklich spült. Aber ich möchte euch trotzdem einfach, wie gesagt, was bringen. Und ich werde, wie gesagt, sobald es geht, weil jetzt habe ich ja auch wieder Ton, jetzt kann ich auch mit, ähm, Audiospur testen, ob ich UBS aufnehmen kann, aber ja. laufen wir hier mal hoch. Überall hochlaufen und alle Monster klatschen, die wir sehen. Scheiß Viecher da. Du wolltest trotzdem noch mich besiegen. Sich rächen. Okay, wir sollten uns doch gleich noch, ähm, den Tränke kaufen. Er tut halt Tränke, sorry. Man kann ja beides dazu sagen. So. Aber hier, da ist nichts. Da sollte auch nichts sein, oder? Na doch, hier sind noch ein paar. Sogar ein Boss. Und da. Elten Monster, Boss, was ich hier auch noch machen. Ah, wir wollen ja nicht sterben, bitte. Bitte jetzt nicht sterben. Wow, der ist schon Level 20. Der ist wirklich stark. Und da ist die Maschine jetzt nicht aufgestellt. Ich hoffe jetzt, aber sie wurde gleich still zerstört. Ja, wir müssen nachher doch nochmal, ähm, wenn ich fahrt, müssen wir doch nochmal, ähm, Tränke holen. Also, Gesundheitstränke. Das war jetzt eine schwierige Geburt. Aber wir haben es geschafft. Aber wir sind ja dann Umweg gelaufen, hier rein, weil sind ja auch, äh, doch, hier. Hier rein müssen. Ich werde jetzt gleich hier mal zurücklaufen. Also, kommt man eigentlich da rein. Hier sind auch noch ein paar Monster. So, die haben wir ja auch platt gemacht. Oder ist das ein Bogenschütze. Also, zum einen zwei Bogenschütze machen wir dann mal Papi. So, und dann sollten wir im nächsten Part auch ein Level höher sein. Nächstes Mal. Wir werden jetzt auch im nächsten Grunden laufen und dann Oh, wir haben Mechaniteile gefunden. Cool. Selten, aber es kommt. So, hier hat sich der Titan vergnügt. Mit der Statue da hinten. Also, vergnügt im Sinne von er war sauer und hat sie zerstört. Nicht, ähm, im anderen Sinne. Der Titan, oder was auch immer der, der Terkine, was auch immer oder wer auch immer es von denen war. Jetzt haben wir hier einen König Minos Hof, der Minotower. Den werden wir später auch noch begegnen. Jetzt kann ich dann wahrscheinlich Minos. Das würde es ja nicht über die Minos Hof heißen. Ja. Gut, da ist noch ein bisschen krank. Und dann sollten wir gleich beim Brunnen angekommen sein. Denke ich mal. Wir werden einfach mal schauen. Ja. Oh, ein Level 21-iger. Eine 21-iger Maschine. Ein Level höher als hier ist das okay. Aber naja, umso stärker die Monster sind, umso mehr Erfahrungspunkte kriegen wir und das ist immer so. Erfahrungen brauchen wir ohne Ende. So, machen wir die Skelette hier platt. Ist hier noch irgendwas? Äh, nein. Hier hätte man wenigstens eine Kiste hinstellen können. Und eine Truhe oder was auch immer. Aber, nein. Steht da halt nichts rum. Wir da noch schnell hin. Zack. Hier steht jetzt eine Küste rum, komischerweise. Wieder ein 21-iger besiegt. Hm, da kommt ein Nachbückler. Den können wir auch fertig machen. Jetzt warten wir noch kurz. Bis wir uns wenigstens ein bisschen regeneriert haben. Ja, wir schieben noch eine Kiste rum. Wow. Wow, noch eine Kiste. Okay, was ist drin? Äh, nur Geld. Den Rest lasse ich erst mal. Na gut, den Rest kann ich mitnehmen, weil wir hier eh im nächsten Part Tränke kaufen gehen. So, komm schon. Wir werden euch besiegen, trotz Lag. Und da steht noch eine Truhe. Noch eine Truhe. Wow. Ist zwar, war zwar nicht viel brauchbares drin, aber drei Truhen und beim anderen keine. Doch eine. Nein. Jetzt muss ich nachgucken. Nein, keine einzige. Hm, hier steht noch eine Truhe rum und dann sollten wir auch, glaube ich mal, den, äh, den, den Trank erreicht. Ja, genau, wir haben den Trank erreicht. Äh, nein, wir haben da den Brunnen, sollten wir dann den Brunnen erreicht haben. Oh, noch ein 21er. Zack. So. So. Ja, hier ist dann der Brunnen. So, und dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch, ähm, gefallen. Und, ja, bewertet, kommentiert, abonniert, wenn ihr das noch nicht habt. Und dann, ähm, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.